Banger Jacke? Ja, ich hab die von Red Bull bekommen. Ich hab mir die gewünscht, weil ich die mal bei so einem Insta-Account gesehen hab. Und die passt mir nicht. Die ist mir einfach zu groß. Und jetzt weiß ich nicht genau, was ich machen soll mit der. Keine Ahnung, Dinger. Das Ding ist halt, ich hab vertraglich unterschrieben. Ich darf, also, ich dürfte die jetzt nicht irgendwem geben oder schenken. Okay? Solche Jacken dürfen nur Red Bull Athleten tragen. Ich könnte die jetzt irgendeinem anderen Red Bull Athleten geben. Ich könnte die zum Beispiel Amar geben oder so. Oder Revi. Aber so, warum? Warum sollte ich das? Zu groß ist doch nicht schlimm. Ja, Bruder, guck dir mal an. Das sieht schon quatschig aus. Ich seh schon verkleidet aus da drin. Es sieht schon weird aus. Boop! Boop! Da wächst du noch rein. Bruder, ich bin nicht 13, okay? Dafür kann die Jacke nichts. Du siehst einfach aus wie ein Opfer, Käffmann. Das sag ich dir, wie es ist. Henke, egal wo wir sind, du trägst immer die eine selbe Jogginghose und immer diesen Crow Pullover, Bruder. Hast du nicht... Also, halt mal die Fresse, Digga. Von den Farben ist die ja passend zu deiner Jacke, um mal wieder alte Memes wiederzubeleben. Ach, komm, Schnauze, Digga. Warum habe ich diese Nachricht gelesen, Digga? Warum habe ich diese Nachricht gelesen? Bro, ich kann diese Jogs auch einfach nicht mehr hören, seitdem ich den Reddit wieder öfter checke. Hoho, Kevin sieht aus wie Pumukkill. Oh, mein Gott, Digga. Der fucking Reddit, dude.